Was bedeutet der Begriff Start-up? Ein Start-up ist ein kürzlich gegründetes Unternehmen mit einer Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Wie finanziert sich so ein Start-up? Entweder durch einen Kredit, das Einschreiben in ein Förderungsprogramm oder durch die Teilnahme an Crowdfunding. Es gibt auch sogenannte Business Angels oder private Investoren, die finanziell etwas beitragen. Wie viele Start-ups sind wirklich erfolgreich? Nur 1 von 10 Start-ups werden richtig erfolgreich. Mehr als 80% aller Start-ups scheitern innerhalb von 3 Jahren. Was gibt es für Risiken bei der Gründung eines Start-ups? Die Unerfahrenheit kann zu Problemen führen. Auch die Vermarktung des Produktes und die Geldreserven können Probleme verursachen. Ein Start-up zu gründen ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Um ein Start-up zu gründen, braucht man eine gute Geschäftsidee, eine gute Planung und Durchhaltevermögen. Damit hat man schon die besten Voraussetzungen.